Hallo Hallo Oh, ich hab auch noch levelt Oh, Alter, das ist ein geiler Tank Krass Ja, tut er So, müssen wir mal gucken Wir haben jetzt beide nicht aufgenommen Oh, jetzt führen sie langsam mit Strom In der Tas Warte mal, die Zelle ist ja auch dicht Hm Ja, es ist momentan Und zwar uns ist auch komplett Der ganze Strom überall ausgegangen und alles Also wir sind momentan wieder am Am abchecken Dass alle Maschinen wieder volllaufen Und Und Was am umbauen Weil die Recycler Haben halt auch keinen Strom Oder beziehungsweise auch nicht genug Strom Äh, was würdest du jetzt eigentlich noch mal mit Dingens machen mit Mit den Iridium? Wolltest du die Dingens jetzt machen? Äh, ich will nur überlegen, ob wir eventuell die Solarzellen bauen Gute Solarzellen? Muss man nur sagen, wofür die Feuer werden Sonst, äh, benutze ich das Ja, ich würd sagen, wir bauen Die guten Solarzellen, oder? Aber warte mal, die sind in diesem Fall auch voll Vom Storage her Äh, laufen die nicht über Hier Dingens? Na, die laufen direkt zu den MFSUs Die laufen halt direkt hier hin Musst du die mal wieder anmachen? Da kommt der Nullwahl an Jetzt weiß ich, warum ich den Exportpass gerade hier vertrete habe Jetzt arbeiten die auch Ach, weißt du was der Fehler ist? Wenn wir hier ausmachen Achso, ne, die arbeiten jetzt auch Achso, die haben jetzt auch Strom Weil die liefen jetzt die ganze Zeit nicht Hä? Ist weg Ja, wir produzieren so wenig Strom Ne, wenn ich hier anmache, dann geht's Siehst du das? Hä, warum liegt das denn am Dingens? An dem Schalter liegt das Da raus Da raus Alles klar Hä? Na? Ist doch gar nicht angeschlossen Ja, aber, aber vielleicht über das Rest so ein Kabel Das ist, das ist, warte mal, warte mal Ach, scheiße Ja, passt schon, wenn nur zwei laufen Ja, jetzt geht's Oh, Brutzelspiele Achso Und alle laufen Laufen auch relativ, relativ zügig, muss ich sagen, ne? Also ich würde schon sagen, dass wir da oben, ähm Das, das Ding anschließen hier, äh Dass wir hier oben, äh, äh, die, die, die erweiterten Salatzellen machen Ja, und... Oh nein Oh nein Würde ich sagen Deine möchte grad nicht laufen Nur noch zu wenig Dingens produzieren So, die Hybrid Was haben wir denn für die Hybrid schon alles? Na, die arbeiten noch relativ schnell Wir brauchen auf jeden Fall die Iridium Reinforced Blades Na klar Da brauchen wir Advanced Deloy Da werde ich jetzt gleich erstmal, erstmal einen ganzen Schwung machen Von dem Advanced Deloy Oder auch nicht Iron Plate, Bronze Plate, Tin Plate Wir haben 34 Iridium Wir haben 34 Iridium Ich mach jetzt grad erstmal Platten In der Rolling Machine haben wir unten, oder? Äh, ja Oder machst du das immer, immer mit so'n Hammer Äh, ich mach das mit der Rolling Machine Okay, dann mach, dann mach ich schonmal, ähm, Eisen, Eisenplatten, ne? Ja, ich mach dann die, die Plates, die Iridium Plates, ne? Jo Slice & Spice, Rolling Machine Zack Und zack Ah, wir haben kein Äh, warte mal, das Äh, warte mal, das Sind das die richtigen Iron Plates? Die von Railcraft? Ne, oder? Was machst du denn gerade? Also das ist nicht, ich brauch nicht die Rolling Machine, ich brauch die, ähm So, bei dir in Metalformer Ja, was baust du denn, oder was machst du gerade? Du hast doch dir grad die Advanced-Teile, ne? Advanced-Aloy, ne? Genau, Advanced-Aloy, ne? Ey, das ist mir zu blöd, ich baue so'n blöden Hammer Hammer, aber blöd noch Wir haben wir da nicht mehr Böhm, ne? Böhm, ne? Ne, warum willst du nur noch die Böhm, ne? Böhm, ne? Böhm, ne? Böhm, ne? Böhm, ne? Böhm, ne? Wir machen da rein So Böhm, das ist so nahe, ist so nahe, ist so nahe Ding jetzt noch, ne? Äh Szenarium brauchen wir noch Hier Dann, zwei Stück davon Äh, das ist fünf Stück Wir brauchen Aber, wir brauchen das große, glaub ich, oder? Ja, ja Wir brauchen große und davon brauchen wir 1, 2, 3, 4, äh 8 Stück von den ganz Großen. 4. Also 2 habe ich jetzt unten drin, brauche ich aber Clowstone, Clowstone, 8 Stück. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wir machen hier das Ultimate Hybrid, ne? Genau. Fünfmal, ne? Was fünfmal? Fünfmal brauchen wir das. Achtmal. Ach, dieser, äh, Szenarium. Ja, ja, warte mal, aber die, dieses Android, warte mal, hä? Wir machen das Hybrid. Ja. Genau, und das brauchen wir, genau. So, und da kam ich nämlich hier. Wir haben aber bloß fünf Zellen. Sag, zwei. Was? Fünf Zellen haben wir. Alles klar. Ne, also quasi fünfmal brauchen wir davon, oder? Ah, Mann, ich war bei, bei Ultimate. Okay. Gib mir mal, ähm, du hast aber schon diese, diese Scenarium Parts, oder? Ja, äh, ich hab die Scenarium, fünf Teile. Gib mir die mal, gib mir die mal. Äh. Hast du jetzt die Advanced oder schon gemacht? Äh, ne, ich hab, Moment, äh, ich brauch noch... Ich bin schon abgedeckt worden. Warte mal, ich brauche noch Bronze. Na, warte mal, ich hab schon... Na, warte mal, ich hab schon... Ich bin gleich fertig, warte, ich hab's nicht. Ne. Was denn, ich hab schon gleich? Ne. Hammer. Ich hab schon ein paar Mal gebaut. Ja, ich auch. Äh, mir doch egal. So. Jetzt brauch ich noch Tin Blades. Tin. Nix, kleiner Tipp. Eins. So, okay. Und jetzt muss ich das Ganze noch zusammencraften? Ja. Wir haben ja draußen die Dinge entstehen, ne? Wen? Die Solarzelle, ja. Kannst du, denk ich, auch einfach so... Genau, da kannst du einfach auch so abräumen, denk ich. Denkst du? Ja, ich... Na, ne, äh, kannst du abräumen. Denkst du so oder weißt du es? Ich weiß es. Oh, ist im Keller gefallen. So. Fast zwei Sticks hab ich jetzt. Und jetzt in den Kompressor. Äh... Kompressor. Bam. Komm, kompressor, arbeite. Zzzzz... 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 Rechte. Arbeiter... Und du werden die Solarteile hingeben... Ballart... Weil, äh... Ach da. Genau, die kommt da runter. Ja, eins ist im Keller. Na, äh... Im Keller gefallen? ich rede heute nicht so viel du redest nicht viel wenn Max nicht der Weißer ja dann konnte ich mit dem Konzept warum hier drin bist traust du dich immer nicht mit Angst und Asyl ich habe hier mal einen Geheimgang also aufgehoben gebrutzelt da hast du bist gebrutzelt ich habe noch mehr reingeschmissen ja ja hier kann ich bisher rausholen was ich mache nichts ich mache keine Uranerreicherung Machen wir Bumm 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 Geil den brauchen wir unten nur unsere Verbine ein bisschen länger laufen lassen dann macht er schon Bumm durchaus das schöne Iridium egal 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 wir machen das ja damit wird man noch mehr Iridium verdienen ja ich weiß äh dann kann ich eh nicht die Rüstung fertig bauen machst du mal eine Milch nein irgendwie oh bin da schon fast fertig 8 konnten wir machen mehr Iridium haben wir nicht ja wir haben jetzt mit einem neuen platten die Platten brauchen wir denn für eine für was ja halt wenn du fertig hast für so eine Solarzelle ne nicht für eine Solarzelle für die Kranz äh für die Erweiterung von der Bodyarmor das ist doch nicht ich denke ich rechne ja danach ja du brauchst da genug für hm du musst dir allein das Rezept dafür angucken ja das ist krank das ist krank aber ich hab schon jede Menge davon ne ja so ein Labpack ein Labpack habe ich schon so ein Ultimate das wir brauchen ich hab noch ein paar ähm Eloise ins Lager geschossen ne ja ja welche Leute die habe ich schon ja wo sag ich das ist ehrlich ich hab da ach so hier ich veränderungslos fehlt mir gar nicht mehr so viel die fette Kabel habe ich schon nein ich hab schon wieder so eine Kackspinne 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 so einmal 10 Stück jetzt brauchen wir nochmal die die Hybrid machen wir gerade zack und einmal zweimal ok äh also Body wir haben oh äh die Advanced Circuits brauchen wir noch oder hast du das Rezept schon bei dir reingelegt ne was hab ich ich hab das Rezept schon links bei mir jetzt drin ne äh ja also wir haben jetzt ähm die Iridiumplates brauchen wir noch oh bam ok die Iridiumplates brauchen wir noch die Solarzellen haben wir hier draußen und halt die Advanced Circuits machst du die zufällig weißt gerade oder soll ich die machen wie was die Advanced Circuits die sind richtig nervig äh mach ich äh 2 haben wir schon oder so äh 2 haben wir schon oder so äh 2 haben wir schon äh wieso sind die nervig du brauchst du bloß genug ähm Material in Lage ja wie zum Beispiel äh 34.000 Redstone und äh wir haben keinen Ruba wir haben keinen Ruba was haben wir nicht hehehe Ruba oder hast du da ja Hex Hex er zaubert schon wieder er macht Ruba ne ich mach Hex Hex oh da nebengeschmissen wir haben keinen Ruba warte gleich hast du gar so Ruba ne ich mach grad Hex Hex mach grad Glowstone warte wir haben 5.000 Rohr Ruba ich glaube wir hatten dass man es ist ein bisschen braten weil sie können wir nicht alles automatisieren bitte äh kann man es direkt alles in den Ofen reingeballert wird und direkt wir ins Lager äh kann man äh finde ich gut machen wir uns für die Küche aber erst mal mit einer Ferne ja deswegen ja erst mal vom Ziel dann machen wir das weil es ist ich bin v v deswegen machen wir schnell ja das ist alles kein Problem können wir alles machen das ist alles möglich wir müssen hier wir müssen hier noch so ein 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 in den Allosmetern so ein Speed Dingens da rein ballern so ein Okta ja ja genau so was warte er hätte hier oben gerade einen Start äh äh wo welchen Oberstief äh Öl dann also das geht ja nicht in den Alloist hell achso die Alloist melde gps gab gps gibt es eigentlich für den Inductions melde auch irgendwelche Upgrades Stefan weißt du das mhm ich dass ich jetzt wirklich speed upgrades oder sowas Oh, Speed, Speed und Speed. So. Hier wird schön Uran angereichert. Ideal. Macht Bumm. Und das macht Bumm, Bumm, Bumm. Hallo? Und ich dachte, das ist Besuch da. Äh... Hab ich sogar gehört. Ja klar, das hört man quer durch die ganze Stadt. Ich hab vorhin hat mich noch nicht aufgestellt. Machen hier keine halben Sachen mal unsere Klingeln. Ja doch. Müssen die auch mal hören, wenn wir, falls man... Genau, wenn wir unter Tages sind und jemals kommt zu Besuch, müssen wir ja auch an die Tür gehen. Ja, da müssen wir ja auch hören, ne? Und wenn wir kilometerweit unter der Erde sind, dann weiß ich auch was nicht. Wie viele Circles brauchst du denn? Äh, wir brauchen, warte mal für das Rezept insgesamt brauchen wir. Warte. Warte. Äh, wir haben fünf, zehn Stück insgesamt. Okay, passt. Okay, jetzt brauchen wir noch die Iridiumplates. Die hab ich hier momentan. Okay, und die Solarzellen in die Mitte. Was ist denn da? Da, 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 oh. Es fehlt Carbon, okay, warte, Kohle. Noop. Was? Nix. Ah, warte mal, wir haben noch... Ich baue dich immer draußen auf, ne? Cold, wir haben noch Cold Dust, schau mal, brauchen wir ja gar nicht. Oh. Ja. Einfach vor dich die Tür gesetzt gerade. Ist hier irgendwas explodiert? Nee. Okay. Oh, da. Warum sollte das extra gehen? Ja, wenn zu Strom... Ich mag, wenn Sachen... Wenn zu viel Strom ankommt unten. Dann... Ich hab bisher noch nix gehabt. Kann man nicht. Eine Carbon Blade, zwei Carbon Blade. Der hat null von, keine Ahnung. Drei Carbon Blade. Ja, ist ja klar, ist ja... Er gibt ja auch alles direkt ab. Wie schnell geht das jetzt? Ey, ein Iridium Blade fehlt noch. Oh, Alter, wie schnell das geht? Hallo. Oh. Was? Ein Iridium Blade fehlt noch. Warte mal, eins setzt dich noch mal dran, oder? Mach mal nicht. Dann ist das Nist-Iridium fertig. Dauert noch. Ja. Ähm, Stefan, kannst du ins Bett gehen? Hm. Mach's los. Ich möchte nicht schlafen. Komm. Wir waren noch nie in unserem schönen Bett hier gelegen. Doch. Aber nicht nebeneinander. Ach so, doch. Doch, waren wir. Waren wir. Gleich am Anfang, wo wir uns hingebaut haben. Liegst du im Bett, Stefan? Nee, ich tue nur so. Okay. Juhu. So. Guten Morgen. Jetzt nehm ich auch hell jetzt generieren unsere Solarzellen. Nehm ich richtig Strom. 64. 60. 128. 256. Aber irgendwie machen die Recycler nichts. Irgendwie kommt da kein Capistone an. Ja, deswegen will ich jetzt gleich mal Richtung, äh, äh, der Ender-Carrie schauen. Ich denk sie kommen nicht hinterher. Jo. Nein. Oder hat schon Feierabend gemacht? Ja. Alter geht das schnell. Ich weiß, aber da ist kein Ding jetzt drin. Wow. Da müssen wir doch mal gucken. Ne, jetzt gehts wieder langsam. Ja, weil kein, äh, weil kein Multifier drin ist. So, okay. Komm mal zu Ender- zu Ender- zu Ender-Carrie. Ja, geh mal. Gut, das ist dann aber für... Wir haben ja noch einen, ne? Ja, die haben wir noch im Lager liegen. Äh, äh, die müssen halt immer beim in- bei- den- an- bei- mit- mit- aufbauen. Warum? Neter gibt's ja nicht Tolles. Wenn wir in der Frau tun drei Teile, ne? Abgeholt. Echt? Ja, ich auch noch. Ja, halt, die Nehmer dann beim nächsten Mal aufbauen. Gut, ich würde das nicht sagen. Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder, wenn sie wieder heißt. Die Gerderland. Bis dahin. Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Vielen Dank.